Jo Leute, willkommen auf meinem Kanal RabbleWard CSGO und ja Leute, heute geht es nur mein Giveaway, 10 Gewinner, 10 Items, Golden Coil, 3 Cyrax, Evil Dimeos, Dead Track, Nuke Pin, Arca Redline, AWP, Sun in Leo, Elite Build Arkans, Dead Track und Desert Eagle, Mike Nightstorm gibt's zu gewinnen, was ihr machen müsst, steht hier unten alles, umso mehr ihr macht, umso größere Chancen habt ihr, abonnieren, Steam-Gruppe joinen, Facebook-Sacke liken, 4 Videos angucken, gibt alles Punkte, ich hab's nur gemacht, um was zu testen, funktioniert, Link in der Beschreibungsbox, haut rein!